Der Order of the Day Die Wund Maschinen 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 Im Tegel sagt mir ein Jeden, dass jeder hier gehört zu Gey Kodisch. Er gehört zu einem heiligen Volk. Ziviler, ja, ziviler Niterrät und der Ewigste Verschaffung und das er sagt, was er kennt es mit beiden. Er kommt, er in Balabos auf sein Han-Hogi, hat man gegeben Kriere. Sie kommt sein U-Bachato-Bachayi, Reino-Satili-Vonecha-Sachayim-Vesatayi oder den Helfer und der Loch will Minasayi so nutzen sein Seichel und sein Verstand und seine Kirche ist bei Weiden, als er oder den und die Kirche ist bei Weiden, das Er ist auf jeden Fall verboten. Er erzählt sich die Kirche und die Kirche sind alle Teile, die Kirche in der Kirche ist und die Kirche und die Kirche und Kirche. Er er hat mir Was er ried ist geboren geworden, na hieb, in der Geier gewann sich die Hallöche, in der Demut wird er, ich, Barabbos, auf sich, kein Jokon der Reibestead, in der Nitzche, und das hat er gemacht, heute die alle, was verbinden sich mit ihm. Aber jeder ried der Nitzche, auf auf die, die hier in Israel ist. Und er sagt, also, heute, den Ketul Israel, was im Schulte, so Mikro, was er der Hauptplatz von Israel. So, so rieße in Erlikhien, wie manos, im Vatuchel, oder er hied, was er steht in amme, mit Dumas, und von Gott, socknen, also er hoort, der Keyach, eib, nor er, mitverlung, mitanemisch, was er konnen, beißtein, alle Menschen, was er um, allem Alokim, was er um, in Erlikhien, und Elos und Malokim, Vatuchel, worum eh, was er gehen, mit dem Keyach, von der Neibestead, von der Neibestead, barabos, afelikim, und afanoshim, afmalokim, und afdaganzevel, tezer da barabais, lebirazul. Wir wollen uns darüber, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.